Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate und wir spielen diesmal eine neue IVA Mission. Ich würde einfach mal sagen, Belohnung. 500 XP. Können wir machen. Jetzt klar. Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss eröffnet? Das ist eine gute Frage. Ist Henry da vielleicht ein bisschen verliebt? Der Tower of London. Sehr viele Wachen. Vorhersehbare Patrouillenwege. Vorn könnte schon drin sein. Ich bleib lieber hier im Schatten. Weniger als fünf königliche Waffen... Waffen... Wachentyp. Oh, das... ähm... könnte schwierig sein. Obwohl... Ich bin ja Meisterin Schleicher, Eevee. Also mich sieht man nicht mehr, wenn ich einmal am Schleichen bin. Ach, wie... das ist eine geile Fähigkeit. Das Problem ist nur, dass ich, wenn ich mich bewege, halt gesehen werde. Naja... Das Tuch ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt. Findet es und bringt es her. Halt! Eskort zu den Schlüsseln! Halt! Wer kommt da? Die Schlüsseln! Wer hat die Schlüsseln? Queen Victoria's Schlüsseln! Ah, Queen Victoria's Schlüsseln! Alles gut! Ihr seid nicht von der königlichen Wache. Wie viele seid hier? Sag es! Lasst miche los! Das ist Verrat! Wartet nur, bis ich rauskomme! Das werdet ihr büßen! Gebiet der Kundengelegenheit identifizieren. Verbündete Wachen. Constable, Unterstützungsgelegenheit. Chief Tumen, Infiltrationsgelegenheit. Ähm... Ich würde sagen... Ich nehme mal einen schönen Ausflug über die Dächer hier... ...und, äh... ...gehe da unten zu diesem Typen da... ...um meine Unterstützungsgelegenheit schon mal zu holen. Habt ihr mich gesehen? Ich hoffe mal nicht. Wäre zu doof. Wäre zu doof. Oh, da steht ne Wache. Scheiß drauf. Das ist... ...lieben kommst du hier nicht! Ach, super! Wird man die nicht einfach so... ...durchs Fenster töten können? Das wäre so richtig... ...cool gewesen. Komm! Wir treten das scheiß Gebäude. Wie komme ich denn jetzt an ihn dran? Ich muss den wegnehmen. Ach, das war keine königliche Wache. Das ist gut. Gut. Ja, wie komme ich jetzt an ihn dran? Was ist jetzt die große Frage? Ne? Ja, der zeigt mir... Ich kann nicht mit ihm sprechen... ...und ich den dafür auch nochmal wegmachen... ...den da draußen. Guck mal. Aha! Ich glaube... Wer zum Teufel ist? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hat er mich erschreckt! Scheiß hat er mich erschreckt! Komme ich irgendwie von oben an ihn dran? Das ist jetzt die große Frage. Wie komme ich an den Typen dran? Nee! Nee! Hier ist... ...donten ist die Kiste. Hm! Hmm! hmm! Hmm... Hmm... Steht hier irgendwas? Dinnika, Ibi, äh, ja. Sprechen kann ich nicht. Ne. Ich habe auch nichts. Oh mein Gott. Das war keine königliche Waffe. Hey. Wie verdammt nochmal komme ich an ihn dran? Jetzt komme ich ernsthaft da nicht mehr hoch. Hier oben gibt es auch nichts. Ah, jetzt bin ich schon 10 Minuten hier dran und weiß nicht, wie ich hier reinkomme, ja? Da ist dein Schlüsselsinn. Guck mal, erst mal Kiste, ja? Dann da ist noch einer. Der Schlüssel bei dem Ball gehört nicht zu uns. Verdammt, wie komme ich an den Scheißtypen über mir dran? Hm? Nee, der bemerkt mich nicht. Wie soll ich das machen? Habe ich jetzt etwa alle umgebracht, die das machen können, oder? Ach, wisst ihr was? Ich gebe es hier auf. So, ich muss irgendwie einen Weg da rein finden, ja? Und ich glaube hier, den Weg hier unten habe ich mir verbaut. Das bedeutet, als nächstes will ich mir die Keys holen. Aber ich gehe einfach da rein. Ja. 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 Wieso schlagen die sich jetzt? gegenseitig Nein! Ich habe die falsche Wache getötet Warte mal, der Tower of London ist doch der Wo hier die Königin ihre Kronjuwelen aufbewahrt Nicht die Kronjuwelen, sondern die Königin mit Wartierkronjuwelen auf Nein, ich meine, natürlich Boah! Scheiß Ding Ist das ne... das ist ne königliche Wache Mist! Kommt auf mich zu Ich habe schon zwei getötet Was ist hier los? Zwingen sie mich nicht darüber zu kommen, Mist! Liebe, halt dich im Auge! Mit der Frau stimmt doch was nicht Es wird Zeit, sie allzu los Verfolge sie! Mir egal ob du mich verfolgst Was ist das? Ja, ich weiß nicht Nein, das ist ein Das ist ein so ich brauche du bist tot fendet sie fendet sie ach sie ist tot gut unsere ihr seid so kurzsichtig ihr hortet die Macht und setzt sie niemals ein während wir damit die Leben der Menschen verbessern würden ich hoffe ihr findet das Tuch nie ihr habt ja keine Ahnung was es bewirken kann dann sagen sie es nein warte mal hatte die gerade die Narbe die hat die hat die Narbe am Mund genauso wie die Desmond Familie alle aus der Desmond Familie haben diese scheiß Narbe am Mund jetzt ist sie ist das Da ist noch ein Eingang, da kann ich raus, nach draußen, ich möchte nicht mehr als benötigte Wachen töten. Ach ja, ist nur dumm, wenn man auf die andere Seite muss. Ich glaube, das hier ist ein Extra-Level und deshalb kann man nicht so einfach irgendwo raus, sondern muss an eine bestimmte Seite, damit die nächste Sequenz weitergeht. Naja. Ich habe immerhin weniger als fünf königliche Wachen getötet im Moment. Aber es war auch irgendwie etwas einfacher, als ich gedacht habe, denn es gab ja viele andere Wachen, die man an deren Stelle hätte töten können. So. Äh, bleibst du wohl oben? Runter mit dir! So. Ah. Geschafft er! Monture la Meister-Assassina. Warte mal. Notieren Sie und dann versiegeln Sie es, bis Sie neue Anweisungen erhalten. Miss Soren, ich verfüge nun über die Mittel, um Londons Zukunft zu sichern. Die Stadt dankt Ihnen. Der Orden dankt Ihnen. Ich danke Ihnen. Aber das Tuch kann nur einer tragen. Daher löse ich die Partnerschaft hiermit auf. Ich verschaffe Ihnen ein angemessenes Einkommen bis ins Alter. Aber mehr kann ich nicht tun. Möge der Vater des Verstehens Sie leiten. Ja, was ist denn? Miss Thorne, Sir. Was ist mit dir? Es tut mir leid, Sir. Sie ist tot. Und der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Man fand keinen Schlüssel bei Ihrer Leiche, Sir. Ja, kriegt er noch einen Schoss in den Hinterkopf? Ne. Das Tuch wird mir gehören. Und wenn ich dafür die Feuer der Hölle entfachen muss... Das wird er wahrscheinlich auch tun. Ja. Das ist schlecht, ne? Wenn man so einfach seine Sachen... Seine Partner verliert. Passiert. Aber wir haben jetzt einen Meister-Assassin-Umhang. Oh. Ich sehe gerade, wir haben Frame-Drops. Nicht besonders cool. Mal gucken. Und, äh, ich würde sagen, damit hören wir heute auf und sagen, bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Vielen Dank.